Ja, ein wunderherrliches Moin Moin und willkommen zurück zu Wolfenstein The New Order. Wir sind unterwegs, das Unterwasserversteck zu finden. Beziehungsweise, wir sind unterwegs, ähm, ein Uwe zu klauen von den Nazis. Damit... Oh Gott, muss ich erstmal klarkommen. Ähm, das U-Boot brauchen wir, damit Zett uns zeigen kann, äh, wo ist... Wo wir mehr Secret-Technologie finden. Tesla. Tesla. Okay, dann klauen wir jetzt erstmal einen Zug. Naja, das war nicht groß genug. Was bringt jetzt das Tesla? Okay, whatever. Oh shit. Ist ja unterdurch. Geile Meile, Allah. Hm. Hm. Aber wie machen wir jetzt weiter? Also ich mein, letzten Endes will ich hier alle killen. Wow. Zum Glück braucht der so lange um einen zu sehen. Als der erste Schuss daneben ging, dachte ich schon, ist vorbei. Ich mein, das ist doch auch irgendwas, ne? Silenced Kills oder so? Ne? Ne? Ne, hatten wir schon. Wurfmesser Kills fehlen noch. Und übercharged. Oh, opens from the other side jedes fucking mal, alter. Oh. 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 Oh, warte. Ach. Wir haben keine Messer, die wir werfen können. Schade. Sorry Doggo. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Wiederuter. Mal laden. Warte jetzt, verreck doch bitte einfach. Super Soldaten 1960, ja. Hm. Okay. Dann einmal hier hoch Schade Und gibt's hier unten noch Nichts Und da drüben Noch mehr nichts Ich will noch mehr nichts Oh, nee, nicht mal gut Ich wollte mehr nichts Da ist noch ein Messer Sogar noch ein Fairbit Auf Amo Ich finde die Situation Haben wir gut gemeistert, das war okay Hier vorne hatten wir doch noch einen erschossen, oder? Der hat doch bestimmt auch noch ein bisschen Muni dabei gehabt Ey, wo liegt deine Leiche? Kollege Kann wohl nicht wahr sein Jetzt klettert er doch Meine Fresse, PJ Manchmal bist du aber auch, ne? Ja, genau das Kommt jetzt noch einer? Nee, besser ist auch Wir nehmen das Ding lieber mal mit Lohnt sich eh nicht Jetzt nehmen wir das mit Sollen wir noch Coverkills machen, ne? Nicht vergessen Hey Oh Gott, ist das dunkel hier Dunkel wie Bärenarsch Na gut, dann ist diese Kamera da, die da hing gerade einfach vollkommen nutzlos? Oh, Schrotflinte Wow Na gut Was gibt's denn hier? Hauptstadtmädels Miss Spezialtruppen Oh 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 Großer roter Knopf Our ground team is in position by the abandoned train station north of your location, William They will meet you when you get there Oh 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 God Noch einer Jetzt brauchen wir noch zwei Hans schläft im Dienst Und Uli verliert sein Schiedel Noch jemand? Ohne Fahrschein Ach Ach, hier kommen wir gar nicht wieder Na gut Dann geht's halt hier wieder runter Und jetzt? Einen schönen guten Tag Die Fahrausweise bitte Wie, sie haben keinen Fahrschein Da müssen sie aber aussteigen Och Och Mann Och Och Gott Noch mehr Super Soldaten Äh Das wird mir langsam ein bisschen hektisch hier Boah, keine Granaten mehr Gefällt mir gar nicht Äh Hier geht's schon mal gar nicht lang Will mir die Pistole? Äh BJ Verfickte Scheiße Bonus Gameplay Modes Oh, wusste ich gar nicht Und drücken wir mal den Knopf Äh Ich muss noch mal in die Perks gucken Tactical Pistolen Kills Wo? Äh Außer Cover Ich weiß gar nicht Ob ich mit dem Ding überhaupt treffe Scheiben wir schon Das schien weh getan zu haben Oh So Come at me, bro Alter Alter, hältst du aus? Komm doch nicht at me Okay Mehr Granaten wären auf jeden Fall sinnvoll Vielleicht merkt mich gerade im High-Focus-Mode Du Schweinehund Du Schweinehund, ja, ja Oh, oh High-Focus-Mode hat nicht viel gebracht Well Happens Aber wir kommen ja immer näher an unsere Kids, die wir brauchen, oder? Nazi-Scum Nazi-Scum Ich hoffe, das war richtig Ich hoffe, das zählt als Slide-Kill Weil der war ziemlich cool Jawohl Das war der nächste Slide-Kill Äh, hier, ne? Increases Dual-Wielding Sprint-Speed Okay Increases Amulition-Loot Von Dual-Wield-Kill Drei Kills in a row Mit Dual-Wield-Assault-Rifles Ohne den Feuerknopf loszulassen Ja, so wird das schon mal nix Ne, hier war das nicht Hier war das auch nicht Das war hier Die sind jetzt leer, oder was? Mein Obercharge-Helfen bringt mir jetzt nicht viel Okay War schon mal ne gute Sache Kommt links, ne? Oder rechts? Da kommt er Alter, ohne Scheiß, ne? Wie verhält der Penner denn aus? Was zur Hölle war das denn? Okay Ganz kurz Nervennahrung Ein Gummibärchen Wir machen trotzdem mit den Perks weiter Weil Fehlen uns noch sechs Sechs Cover-Kills mit Pistole Ach du Scheiße Auf jeden Fall nicht die klügste Idee Die ich hier hatte Jetzt fehlen uns noch drei Alter Alter Bei der Sword-Rifle brauchen wir auch noch welche Hier ist es insofern Ja, das war mega dumm Hm 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 So Scheidepfer abmachen. Na, Kopf. Aua. Noch Kopfschmerzen? Also, ich schon. Na, komm. Jawohl. Röchte Magazingröße und Trophäe. Völlig fein. So, jetzt die Coverkills mit der... Oh Gott. Richtig schön unnötig Damage fressen. Hm. Damage. Sexy. Das ist nicht so schlimm. Hier ist noch ein bisschen Life drin. Und das Ding ist ziemlich voll. Na, Bastardos. Der RPG ist auf einmal... Keine Ahnung. Mexikaner. Olé. Nein, 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 nein. Wollte das Ding nachladen. Wir gehen nochmal nach oben. Ging mit dem Schießen einfach schneller, okay? Verurteilt mich nicht. Don't shoot the messenger. Äh, ja moin. Kann ich dich so töten? Looten tust du auf jeden Fall. Die gehen nochmal nach oben. Da kann ich gut auf ihn schießen. Das sind zwei. Oh, for fuck's sake. Shit, Alter. Shit. Shit, Alter. Shit. Nein! Da war hinter mir noch einer. Na gut. Dann machen wir morgen an der Stelle weiter, würde ich sagen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wenn euch die Folge gefallen hat. Lasst gerne ein Like da oder auch ein Abo, falls es noch nicht geschehen. Kritik gerne in den Kommentaren. Und wir sehen uns morgen wieder mit mehr Wolfenstein The New Order. Bis morgen. Ciao, ciao. Mal年. Vielen Dank.